Moin und herzlich willkommen jetzt in der nächsten Folge von Harvest Moon Back to the Nature und ich werde euch gleich erzählen, warum ich gerade so lachen muss. Ich könnte gerade schreien oder irgendwas gegen die Wand kloppen oder einfach nur ausflippen. Bei mir ist gerade eben der bescheuertste Fehler auf dieser Erde passiert. Ohne Scheiß, wenn ihr denkt, ihr habt schon mal missgebaut. Oder, so blöd kann doch kein anderer sein. Glaubt mir, ich habe es eben gerade getoppt. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, worüber redet die da? Warum rastet die gerade so ausförmlich? Also Leute, ich nehme gerade diesen Tag zum zweiten Mal auf. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das jetzt eingeführt habe, zwischen den Tagen nicht mehr zu speichern. Sonst wäre ich nämlich am Arsch gewesen. Ich habe nämlich eben gerade den 23. gespielt, ja. Das heißt, ich war gerade kurz vorm Ende dieser Aufnahmesession. Ich hatte eigentlich schon alles fertig. Ich gucke dann zur Seite auf OBS und sehe einen schwarzen Bildschirm. Ich sehe mich und der Rest, wo eigentlich halbes Moon abgebildet ist, war schwarz. Warte, wenn ich mir will, kontrolliere ich die Tage davor, die ich aufgenommen habe, alle schwarz. OBS hatte einen Startfehler. Und ich habe die ganze Zeit gequatscht, aber es war nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen. Das heißt, ich habe alles umsonst gemacht und ich war gerade echt froh, mein Teil nicht überspeichert zu haben. Weil sonst hätte ich euch diese Tage nicht zeigen können. Und das möchte ich nicht. Also Leute, mit den Nicht-Speichern zwischendurch werde ich weiterhin machen. Und jetzt darf ich die Tage einfach nochmal spielen. Also versteht mich nicht falsch. Ich spiele habe es mir gerne, ne. Aber dieses ganz alles nochmal spielen hatte ich erst. Und ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was ich euch eigentlich alles gezählt habe. Verdammt. Das ist doof gelaufen. Aber egal. Versuche ich jetzt einfach neue Folgen zu machen. Alter. Da war ich gerade so gut zeittechnisch dabei. Und das habe ich eine halbe Stunde praktisch umsonst aufgenommen. Oh Mann. So, zu Beginn der Aufnahme werde ich Ihnen einmal sagen, weil ich weiß, dass ich es vorhin gesagt habe, aber jetzt ja nicht. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich ein bisschen lispel. Ich habe wieder ein Hustenbonbon im Mund. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, es kommen Folgen, wo ich aber ein Hustenbonbon rutsche. Weil ich dann nämlich nicht so viel huste. Oder es kommen gar keine Folgen. Weil ich hatte keine Lust, irgendwie fünf Stunden lang mit Schneiden zu verbringen, weil ich mal wieder gehustet habe. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Dementsprechend nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal so ein bisschen lispel. Lispel, lispel. Lispel. Was ich mich daran, dass ich an meinen Hustenbonbon rutsche. Ja. Ach, Leute. Das ist echt doof, wenn sowas passiert. Wisst ihr das? Dann habe ich immer das Gefühl, ich muss ganz, ganz schnell die Tage wiederholen. Ach, dann habe ich euch gar nicht gezeigt, was ich euch in der letzten Aufnahmesession gezeigt habe. Oh, verdammt. Okay, Moment. Das zeige ich euch einfach heute. Eins habe ich noch übrig. Ja, das brauchen wir nämlich. Zwei, drei, vier und fünf. Oh Gott. Fast einfach reingeschmissen. Okay. Gut. Und jetzt gehen wir ein bisschen Holz sammeln, weil wer das nicht gesehen hat in der letzten Folge. Wir haben jetzt die erweiterte Axt. Das heißt, wir können Holz sammeln gehen. Also diese großen Baumstümpfe kaputt machen. Und die brauchen wir, eben um Holz zu sammeln und dann eben Erweiterungen zu machen für den Hof. Das ist was ganz Wichtiges. So, schön ausholen. Oh ne, ich habe daneben gehauen. Richtig geil, wenn sowas passiert. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Man nimmt ein Ei, man geht zur heißen Quelle und schmeißt es rein. Jetzt kriegen wir uns wieder. Und dann haben wir kein normales Ei, sondern wir haben ein Thermalei. Das kann man eben auch verkaufen. Ich weiß aber gerade nicht, ob es mehr oder weniger bringt. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber es geht. Man, es gibt halt auch Rezepte, glaube ich, wo man Thermaleier für braucht. Glaube ich. Oh, ich weiß noch. Ich habe mir früher mal die Mühe gemacht. Und alle möglichen Halbes-Moon-Rezepte aus dem Internet ausgedruckt. Und in einen Ordner gesammelt. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Ordner noch habe. Ach, ich war mit euch ja gleich beim Holzfäller. Meine Fresse. Dass wir alles nicht gemacht haben jetzt. Dann gehe ich jetzt halt mit euch hin. Weil wir wollten ja beim Holzfäller gucken, wie viel Holz wir brauchen. Und wie viel Geld wir für die nächste Erweiterung brauchen. Das kommt davon, wenn man den ganzen Mist schon gespielt hat. So, hier haben wir ihn. Hallo, du willst. So, jetzt kann man zum Beispiel auf Hühnerstaller weiter drücken. Und für die Erweiterung des Hühnerstalls benötigen wir nämlich 5.000 G und 420 Holz. Das haben wir natürlich noch nicht. Ja, ich bin mir ganz sicher. Wir könnten theoretisch jetzt Holz kaufen für das Geld, das wir haben. Aber es wäre Schwachsinn. So. Oh, hallo. Danke deiner Hilfe komme ich jetzt schnell voran mit meiner Forschungsarbeit. Ich denke, wir sollten mit dieser Biene vorsichtig sein. Das ist ein prachtiges Exemplar. Und der Polizist, was sagst du nochmal? Wenn ich auf dem Berg auf Patrouille bin, schaue ich immer beim Haus von Gotts vorbei. Das machen alle. Samstags kommt Gotts zu mir zu Besuch. Also ist er denn nicht auf dem Berg. Gut zu wissen. Ah, Mann. Geh da durch, bitte. Karin? Nö. Kommt die mal nur mittwochs da, weil der Laden dazu hat. Oder dienstags da, weil der Laden dazu hat. Irgendwie sowas. Aber man kann, so wie ich weiß, jede Frau, egal in welchem Wochentag, besucht. Man muss halt nur wissen, wo die sich auffallt an diesen Tagen. Ja, 7915. Und jetzt holen wir uns mal das restliche Holz, was wir noch schlagen können. Es gibt noch zwei Stimpfe, die wir noch kaputt hauen können. Und die holen wir uns natürlich heute auch. Oh ja. Dum, 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 dum. Und zwar hier. Nummer eins. Kap. Und Nummer zwei ist hier oben. Jetzt gucken wir mal. Ach, wir haben gar keine Angel dabei. Oh Mann. Wenn wir immer alles mit hätten, hätte ich jetzt gucken können, ob ich hier oben was fange. Müssen wir nicht mal die Angel wieder ins Inventar tun. Wir haben schon 250 Holz. Ist doch schön. Langsam steigt wieder unsere Holzweh rum. Oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Hm, 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 hm. Ich glaube, das letzte Werkzeug, was wir noch an sich trainieren müssen. Die anderen müssen wir ja nur noch erweitern. Na ja. Ach ja. Das haben wir euch ja auch nicht erzählt. Oh, wie geht's denn so? Bist du auch unterwegs zur heißen Quelle? Ich glaube, May mag die heiße Quelle nicht so gerne. Sie wartet immer am Springbrunnen auf mich. Leute, wo ist das ein Springbrunnen? Das ist ein verdammter Wasserfall mitten im Fluss. Aber das ist der Tag, an dem Großpapa zur heißen Quelle geht. Aber ich mag die heiße Quelle nicht. Sie ist zu heiß. Deswegen wartest du am Springbrunnen. Welchen Springbrunnen? Das ist ein Wasserfall. Und ein Fluss. Da oben. Äh, warte. Ha, 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 Schirurg. Da. Da ist es ein Wasserfall. Das ist ein verkackter Wasserfall. Mehr nicht. Ein doofer, blöder Wasserfall. Mehr nicht. So, raus da. Oh, ja. Oh, Mann. Das ist echt anstrengend, so was zweimal zu spielen. Weil mir die ganze Zeit überlegt, was hab ich nochmal gesagt? Aber egal. Natürlich werden wir jetzt den Hammer immer ein bisschen weiter trainieren. Denn wir möchten ja auch irgendwann den Hammer weiter trainieren. Und dann unsere ganze Firmen, äh, Firmen, ja? Unseren ganzen schönen Hof gut machen. Jupp. Jupp. Dankeschön, Zack. 8.964. Das klingt doch gut. So, schön auf den Boden einschlagen. Denn das tut man immer für ein gutes Spiel. Der Boden will nämlich nicht auf mich hören. Also verdresche ich ihn. Ja, das ist immer noch ganz wichtig. Oh, ja. Schön immer wieder auf den Boden rauf, du blödes Holz. So, ich will ja auch nicht zu kaputt sein. Nächster Tag. Und der zweite Tag ist angebrochen. Yay. Oh. Und das ist tatsächlich neu. Vorhin war nämlich der 23. Tatsächlich Sonne. Gut, dass ich nachgucke. Ey, das finde ich cool, dass ich das halt ändern kann, wenn man es halt ausversehen normalen mal spielen muss. Das wusste ich gar nicht. Das ist wirklich so extrem zufallsbestimmt. Leute, ich lerne noch was dazu bei dem Spiel. Hat das ja was Positives, dass ich es verpasst habe? Also, dass ich es nochmal aufnehmen muss? Was ich das jemals sage? Schande über dich, Shiro. Schande über dich. Ja. Wer weiß, wer weiß. Man kann wahrscheinlich aus allen seine Positives in der Hand ziehen. Oh, das klingt ja gruselig. So, mal gucken, wie weit ich mit meiner Gießkanne komme. Und gießen. Und hier natürlich auch nochmal. Es kann sein, dass ich minimal falsch stehe. Ja, bestand ich. Mist. Das heißt nämlich, ich muss nochmal bis zum Roten gießen. Bis ich rote Öhrchen kriege. Sonst komme ich nicht drei Felder weit. Und jetzt hier nochmal einen komplett großen Schwenker machen. Okay. So. Zack. Oh Mann, ich war gerade der Meinung. Ich habe so einen schnumm Rucksack drin. Das war eigentlich nur ein Gag, dass ich das nachgucke. Oh Gott, Shiro. Man merkt, dass du eventuell ein bisschen wenig geschlafen hast. Weil, äh... Letzte Nacht habe ich es mal wieder geschafft. Echt. Nur drei Stunden zu schlafen. Auf Dauer tut mir das, glaube ich, nicht gut. Ja, ja. Übrigens, Leute. Wenn ihr noch so lange dran geblieben seid. Vergesst nicht. Heute Abend ist ein Livestream. Minispiele. Minecraft. So gegen 18, 19 Uhr. Genaues Datum wird noch auf Twitter. Und natürlich auch wieder auf YouTube angekündigt. Mit einem kleinen Video. Also nicht verpassen. Minispiele heute Abend. Yay. Jetzt müssen wir natürlich noch auf dir versorgen gehen. Hallo, meine kleinen Dia. Wie geht es dir? Hallo, Dia. Wie geht es dir? Oh Mann. Das ist so schlecht gewesen, der Wortwitz. Aber egal. Übrigens, ich habe festgestellt, die Kuh ist noch nicht ausgewachsen. Das ist doch tatsächlich das einzige Tier, was du sozusagen als... Klein holst. Bei Hühnern ist es ja so, du kriegst halt einen Huhn. Und sobald es ein Herz hat, legt es ein Ei. Ganz easy peasy. Das ist ja bei Kühen nicht so. Olli hat ja schon längst ein Herz bei mir. Und trotzdem gibt es damit keine Milch. Daran, dass er halt noch eine kleine Kuh ist. Halt noch ein Kalb. Und das ist halt das einzige Tier, wo das so ist. Weil bei Hühnern hättest du natürlich auch einen Küken gern kriegen können. Aber das ist es ja nicht. Du kriegst wirklich ein ausgewachsenes Huhn. Und hier kriegst du ein Kalb. Finde ich schon ganz interessant. So, und natürlich hier nochmal. Ich muss mich gerade so ein bisschen zusammenreißen, um mich wirklich zu konzentrieren auf das Spiel. Und nicht gleich auch so sehen wegzukippen. Weil vorhin habe ich mich halt noch konzentriert. Da war der Tag ja auch neu für mich. Und wisst ihr, selbst finde ich jetzt diesen Tag. An sich ist es ja wieder ein neuer Tag. Aber irgendwo ist es trotzdem der 22. Und den habe ich halt schon gespielt. Und wie doof war das denn? Alter Schwede. Dann brauchen wir natürlich das rote Gras. Und natürlich dann auch das Holz. Zeitlich sind wir... Oh, puh, 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 puh. Komm her. Gefällt dir die Farmarbeit? Ich finde sie langweilig. Das ist ein Geheimnis, okay? Guten Morgen, Shiro. Ab 10 Uhr arbeite ich im Laden. Vorher mache ich einen Bergschwanz-Digang, um wach zu werden. Es ist schon 10 nach 10. Das heißt, man kann dich ab 10 Uhr da finden, obwohl du eigentlich um 10 nach 10 immer noch hier bist? Anne, was bist du? Bist du vielleicht ein Geist? Bist du vielleicht gar nicht Anne? Hast du eine Zwillingsschwester? Eine böse Zwillingsschwester vielleicht sogar? Nein, sowas würde ich natürlich nicht mögen. Überhaupt nicht. Wäre mal interessant. Eine böse Zwillingsschwester von Anne. Bisschen näher ran. Boah. Ich finde das auch ganz schön anstrengend, ne? Diese ganze Arbeit. Oh, guck mal. Das ist noch das rote Gras. Wieviel haben wir jetzt? 294. Und unbedingt noch das von hinten. Unbedingt. Das verkaufen wir erst mal das rote Gras. Und wir holen uns endlich die Angel aus dem Werkzeugkasten. Weil ich die gerne wieder bei mir hätte, um ehrlich zu sein. Falls ich mir irgendwie spontan auf die Idee komme, da könntest du jetzt mal wieder angeln. Dann kann ich das auch spontan. Hol ich die mir mit einem schnell raus. Oh ja. Na, Hundi. Geht es so gut, mein kleiner Leitara-Schatz? Oh Mann. Es gibt so ein paar Leute, die will mich dafür jetzt umbringen, dass ich das gesagt habe. Okay. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja. Na, mein kleiner süßer Leitara-Schatz. Oh, du bist so niedlich. Oh Gott. Ja, ich leite halt durch einen Schlafmangel. Wenn mir solche Gedanken schon durch den Kopf geht, dass ein Hund niedlich ist. Beziehungsweise Hunde sind ja niedlich. Aber Leitara... Für den Drecksköter. Nein. Nein. Natürlich mag ich meinen Leitara. Nur halt den, den er verkörpert mag ich nicht. Alter. Ich hab die auch, liebe Leitara. Musst du dir nichts mehr denken. Ich bin müde. Und ich hab gleich noch einen Aufnahmetermin. Oh Gott, das wird jetzt richtig knapp, dadurch, dass ich das doppelt aufnehmen darf. Ich hab mir halt eine halbe Stunde eingerechnet für die Aufnahme. Jetzt brauch ich eine Stunde. Verdammt. Vor allem das Lustige ist, ich wollte bis zu meinem Aufnahmetermin eigentlich Havis und Poppy Häusen fertig haben. und hatte dann da tatsächlich noch 10 Minuten plus zwischen. Also ich hätte es ganz gemütlich aufnehmen können. Wäre mir dieser Scheiß nicht passiert. Jetzt darf ich Poppy Häusen nach meinem Aufnahmetermin noch aufnehmen. Ah. Also Leute, jetzt wisst ihr anscheinend die Reihenfolge von den Videos heute, wie sie aufgenommen wurden. Oder ist mein Aufnahmetermin eventuell gar nicht für mich? Oh. Shiro hat Geheimnisse. What's up? Na, wie viel Prozent? 181 ist also der momentane Stand. Okay, wir versuchen jetzt mal hier was zu fangen, weil das geht. Ja, man kann hier was fangen. Wie ihr seht, es hat was angebissen. Na komm. Aber irgendwie will ich jetzt nichts mehr anbeißen. So, noch ein bisschen auf den Boden rumhauen. Und jetzt müssen wir tatsächlich kurz warten. Aber was wir jetzt machen können? Wir sind total erschöpft, kaputt und müde von der Arbeit. Das Einzige, was wir machen können, ist an der Haustür stehen und zu überlegen, was tue ich morgen? Wie kann ich mir die Zeit vertreiben? Schließlich regnet es morgen und ich muss nicht gießen. Ich habe eine Idee, Leute. Wir machen das morgen so. Wir nutzen jetzt morgen die Zeit. Wir müssen ja nicht gießen. Jo, dankeschön. Und werden deswegen dann morgen, also dem Tag, morgen, sprich jetzt gleich, einfach mal wieder zum Strand gehen und zu versuchen, uns die Powerberry zu angeln. Was kann ja nicht sein, dass wir sie einfach immer noch nicht haben. Dann angeln wir mal. Ist auch was Schönes, oder? So richtig exzessives Angeln. In Harvest Moon. Aber exzessives Angeln. Ist auch was Schönes. Und. Pum. Yay. Nur gut, dass ich echt nichts zwischen den Tagen speichere. Das hätte ich echt ein Problem gehabt. Hätte ich euch erzählen müssen, was da passiert ist. Aber es wäre halt doof gewesen. Ein neuer Tag. Ein neues Leben. Und wir haben natürlich blödes Wetter. Und morgen haben wir Sonne. Weil morgen ist ja auch ein Feiertag. Ja. Morgen ist nämlich dieser hier. Nachts findet in der Mineralenbucht das große Feuerwerk statt. Und da können wir Frauen zu einladen, dass sie mit uns da hingehen. Ich weiß nur nicht, ob unsere Frauen schon genug mögen, dass man sie fragen kann. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, ich frage einfach mal die Bibliothekarin, wenn es geht. Einfach weil, weil. Es ist Mary. Die ist süß. Wirst du wohl. Danke. Ob das Unkraut übrigens gleich wächst, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Selbst wenn. Das ist ja egal. Aber das Wetter ist halt Zufall. Weil, wie gesagt, den 23. habe ich gespielt. Als mir das aufgefallen ist. Und da war halt Strahlen der Sonnenschein. Da habe ich auch die Tomaten abgeerntet. Und stand dann in diesem Kuhstein. Hab in dem Moment dann zur Seite geguckt. Und dachte so. Verdammt. Da stimmt doch was nicht. So kann es gehen, Leute. Ihr wollt unbedingt weiterkommen im Spiel. Hab da nicht so drauf geachtet, dass sich zweimal OBS geöffnet hat. Dadurch ein Fehler entstanden ist. Und nicht aufgenommen wird. Yay. So. Mara muss natürlich auch noch gestriegelt werden. Meine kleine, süße Mara. Okay. So. Wie viel habe ich jetzt? 9.400 habe ich an Geld. So. Jetzt müssen wir uns natürlich noch um dir kümmern. Habe ich da Tara drinnen gelassen oder ausgesehen mit rausgenommen? Ich gucke gleich mal. Habe ich nur davor gekommen? Oh Gott. Ich habe gerade ein total scheiß Gedächtnis. Oh mein Gott. Das kann doch gar nicht mein Ernst sein, dass ich das echt nicht weiß. Aber wir müssen ja eh gleich zudringen. Das können wir gleich kontrollieren. Machen wir jetzt erstmal hier den Mist weg. Hier. Und. Hier natürlich. Guck mal, da ist noch was. Immer schön den ganzen Unkraut belöten. Weg machen. Warte mal eben. Ja okay. Zwei Platz habe ich noch. Das reicht also noch, dass wir das eben die Holz, äh, die, die Holzteile wegfarben können. Und das rote Kraut mitnehmen. Hier weg. Dann rennen wir aber schnell nach hinten. Los. Holen wir uns nämlich da, die beiden Holzzeile noch. Das ist ja jetzt halb zehn. Das schaffen wir. Das schaffen wir, Leute. Es wird ein Turbo-Tag heute. Ein Turbo-Tag. Oh ja. Was machst du denn hier? Hallöchen. Ich suche mit Bäumen um Holz zu schlagen und was zu essen. Bevor du hier Bäume umhaust, hör mir gut zu sein. Nicht unachtsam. Die Berge sind ein großes Geschenk für uns Menschen. Ich weiß. Aber so ein Baumsturm, hallo? Den hättest du doch eh weggemacht. Nein, wer hätte er nicht. Ah, okay. Bis zehn Uhr ist er hier oben. Gürtst du wissen. Und weg damit. Ja, genau. Das fängt ja am besten noch an zu singen von wegen Reinigkeit und Recht und Freiheit. Nee, garantier nicht. Hallo? Wie weit würdest du denn kommen, wenn ich das machen würde? Ja. Genau, Shiro. Du bist doch überhaupt nicht auf dem Spacken oder sowas, ne? Nein. Du bist ganz normal. Was zum Henker? Danke. Du bist Ding. Hm. Jetzt muss ich natürlich hier noch das Holz wegmachen und hier auch. So, wie viel Holz habe ich? 360. Ich möchte jetzt gerne was testen. Einfach nur, einfach mal gucken. Du bist da. Okay. Wie viel würde denn rein theoretisch 60 Holz kosten? Mir geht's ganz gut. So, ich hätte gerne Holz. Ähm. 60? Theoretisch könnten wir uns die Erweiterung leisten, aber das wäre mir zu teuer. Ja. Dafür können wir uns das halt zu schnell selber zusammenfahren. Können wir morgen oder übermorgen oder so ist das schon soweit. Da können wir das nämlich so aufgeben. Also die Erweiterung. Äh, Erweiterung. Wir müssen jetzt nicht 3000 G einfach so ausgeben. Das ist Schwachsinn. Nee, nee, nee. Das wollen wir nicht tun. Wir können halt den Hühnerstall auch so bald schon erweitern. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Mary einladen können. Ach ja. Ich wollte ja die Sachen holen und dann schon die Hühner zu machen. Oh Mann. Ich wundere mich schon, was das für ein Turbo-Tag ist. Ja, kein Wunder, wenn ich den Hühner noch gestalten noch gar nicht gemacht habe. Vor allem, was lustig ist, ja, wir haben ja jetzt fünf Hühner. Man kann ja den Hühnerstall erweitern, ne? Und dann kann man zehn Hühner haben. Stell dir vor jetzt einfach mal so etwas doppelt an Hühnern vor. Aber der Hühnerstall wird dadurch auch größer. Also es wird keine, ähm, Dings. Es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur so eine zweite Futterreihe hinkommt, ne? Theoretisch hätte man jetzt sagen können, von wegen, die werden ganz einfallsreich und hier wäre noch eine Futterreihe oder hier einfach gespiegelt. Aber nein, der Hühnerstall wird tatsächlich vergrößert. Deswegen brauchen wir auch 420 Holz. Das ist schon eine Menge. Ich glaube, das ist eines der teuersten Hühnerstallerweiterung, also einer der teuersten Erweiterungen, so, das wäre das richtige Wort, das ich gesucht habe. So, jetzt haben wir das nämlich auch gemacht. Warte mal eben. Ähm, ich hätte gerne gewusst, hier, Olli hat zwei Herzen. Proxy. Proxy ist der Einzige, der noch nicht volle Herzen hat. Aber bei Hühnern ist das total einfach auch. Hühner lieben einen richtig schnell, muss ich sagen. Das finde ich auch gut so. So, jetzt gucke ich mal. Warte, habe ich hier? Okay. Habe ich schon ein Banner? Ja. Zumindest kann ich es gerade nicht rausnehmen. Weil es hätte sein können, dass ich das vergessen habe, dadurch, dass ich halt, äh, hier nicht gießen muss. Okay, gucken wir mal, ob wir Mary fragen können. Weil wenn wir sie nicht fragen können, können wir die anderen auch nicht fragen. Ich frage mich, ich weiß nur gerade nicht, ob ich das wirklich heute fragen muss oder nicht. Eigentlich jetzt morgen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich teste es einfach mal. Hallo? Hallo? Dieses Dorf sieht aus wie aus einem Märchen. Okay, kann man heute nicht. Dann ist das wahrscheinlich morgen der Fall. So nach dem Motto, willst du nachher mir das große Feuerwerk angucken? So nach dem Motto. Aber jetzt ist es schon wieder zwei Uhr. Jetzt lohnt es sich das nicht, mal in den Strand zu laufen, oder? Erstmal kontrollieren wir jetzt, ob Leitare noch im Haus ist. Oder ob wir Leitare schon hochgehoben haben. Leitare! Habe ich an dich gedacht? Ja, habe ich. Ich bin halt ein gutes Giro. Nicht? Ich kontrolliere gerade immer wieder, ob ich wirklich aufnehme, ohne Scheiß. Und ob wirklich das Bild drauf ist. Echt, Leute? Das muss euch einmal passieren. Oh, ihr habt solche Hallos. Ich würde am liebsten eigentlich nur noch mit der OBS-Aufnahme spielen. Nur noch so. Aber sieht das doof aus in der Facecam. So sieht das, finde ich, besser aus als so. Finde ich persönlich. Außerdem ist das so unangenehmer zu spielen, als wenn ich wirklich auf den Hauptweltschirm gucke. Das hätte mir doch auffallen müssen, dass da ein freaking schwarzes Bild war. Warum bist du dann im Regen hier? Oh, hi! Willst du etwas essen? Ach komm, lass uns mal einmal was essen. Wir essen jetzt eine Eistüte. Okay, geht schnell. So, bitteschön. Guten Appetit. Hammer, mam, mam. Achso. Okay, das sagst du nochmal. Ist ja logisch. Er hat ja gerade auf. No, no, wenn du etwas essen möchtest. Ruf einfach. Nicht ganz lustig, dass man das machen kann. So. Da kann man natürlich auch hin. Finde ich, das ist schwerer zu sehen, ob man was gefangen hat. Na, na, na. Ah, Mist. Ich meine nämlich, man kann hier unten eine Powerberry fangen. Ah! Das regt mich ja auf, ne? Wenn man denkt, ja, da kommt jetzt was. Komm, komm. Und dann fische ich nur Müll raus. Komm schon. Du schaffst das. Los, Shiro. Ich glaub an dich. Du kriegst das hin. Noch mehr Müll zu sammeln. Ich glaube, Leute, so sauber war der Ozean noch nie. Komm, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's wirklich. Ein Fisch, bitte. Wenigstens ein Fisch, wenn ich schon keine Powerberry kriege. Wenigstens ein Fisch. Wenigstens ein Fisch. Bitte. Bitte. Nein. Dann halt nicht. Ah. Dann sind wir aber wenigstens nett und schmeißen den Müll hier in den Mülleimer. Es kann auch sein, das ist ja wirklich eine Dose. Hier, eine Mülltonne. Dass das irgendwie die... Also, ich kann mir vorstellen, dass es zwar, wenn man Unkraut wegwirft, die Leute nicht verärgert, aber wenn man halt Müll in die Tonne wirft, die Leute erfreut. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil, wie gesagt, ich hab das nie mitbekommen, dass die Leute irgendwie sauer auf mich wären, und auf einmal was daran liegen könnte, dass ich das Zeug weggeschmissen hab. Aber, hab ich jemals Unkraut wirklich weggeworfen? Weiß ich gar nicht. Ich glaub nicht. Also, es könnte durchaus im Spiel enthalten sein, aber ich glaube es nicht. Haben mich Frauen schon mal weniger gemacht? Ich weiß noch. Ich hab mal neueres Habsmund auf dem DS gespielt, hab mir dann eine Frau richtig angelacht, ne, und hab mir die wirklich zu hoch gemacht, und dann war die echt gut zu sprechen auf Mädchen. Dann hab ich natürlich auch wieder Farmarbeit und sowas gemacht. Am nächsten Tag hat sie mich wieder nicht gemocht, und ich hab gedacht, ich kapier die Herzen nicht. Ich dachte, das läuft ja so nach dem Motto täglich. Und wenn die Sohn so oft dich halt gemocht hat, dann mag sie dich irgendwann wirklich. Bis ich dann gecheckt hab. Das ging einfach hoch, dann war die wieder runter, weil ich das Unkraut weggeworfen hab. Dann wieder hoch, und dann wieder runter, weil ich das Unkraut weggeworfen habe. Aus dem einfachen Grund, um meine Ausdauer zu sparen. Totaler Beschismus. Aber Leute, ich hoffe jedenfalls, dass ich die heutige Folge habe, das Modell mir jetzt ein bisschen gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen, und dann sehen wir uns einfach entweder nachher in Puppihausen wieder, oder bei morgen, oder bei morgen, ja, oder eben bei der nächsten Folge Habs Wohnen am morgigen Tag. Bis dann. Ciao.